Hallo, wir sind Lüdi und Juhu und zusammen mit unserem Jeep reisen wir durch Südamerika. Seid dabei! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind gerade raus von Santa Cruz. Genau, in Santa Cruz waren wir nur zwei Tage, wir mussten unseren Handyvertrag verlängern und das war es eigentlich schon. Ja, wir haben aber nichts gefilmt, weil es war nichts Besonderes. Städte sind ja nicht so unser Ding. Jetzt sind wir unterwegs in Chiquitania. Es geht Richtung brasilianische Grenze nach Aguas Calientes und es sieht ja schon aus wie damals in Brasilien, also erinnert uns schon stark dran. Ja, aber die Straßen sind besser. Ja, die Straße ist neu, sehr angenehm zum Fahren, alles flach jetzt wieder. Ich glaube die ganzen Berge und Pässe und so haben wir hinter uns, das war cool. Ja. Aber jetzt ist es auch mal wieder recht. Flach und warm. Ja, 30 Grad hat es. Ja. Und erst um 9 Uhr. Ja. 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 Heute ist es ein bisschen schwierig mit dem tanken tatsächlich, zweimal sind wir schon weg geschickt worden, weil die haben überhaupt keinen diesel mehr gehabt und es ist hier jetzt in der Chiquitania, sagt Lüdi immer so schön, also Nähe Brasilien gar nicht so einfach, weil so gern drücken sie es auch gar nicht raus ich habe mich jetzt wieder versteckt hier hinter der Tankstelle, dass ich mich nicht sehe und dass ich mein Auto nicht sehe und Lüdi ist halt wie immer mit den Kanistern vor muss man ein bisschen warten, weil er hat anscheinend nichts gehabt und es war gerade ein LKW da, hat vielleicht was gebracht ich meine es ist nicht ganz tragisch, bis zum Ziel haben wir nur noch 30 Kilometer, aber die Tankstellen sind etwas rarer hier oder es ist ein bisschen schwieriger an Diesel zu kommen, natürlich tanken wir immer, so wie 20 Liter reinpassen, schütten wir wieder 20 drauf von daher ist es nicht so, dass wir irgendwo irgendwas aus der Colaflasche raus kaufen müssten aber es ist jetzt doch so schwierig wie heute, haben wir es jetzt noch nie gehabt in Bolivien aber halb so wild, es ist ja noch fast dreiviertel das Foltertank von daher warten wir noch ein bisschen und dann hauen wir wieder 20 Liter rein und dann geht es weiter also, tschau tschau wir sind jetzt da in Kempil-El-Toukan es ist richtig heiß und wir gehen in Thermalbaden, gell Juh? entweder heute Abend oder morgen früh, aber jetzt nicht 30 Grad wo muss man gehen? so, wir schauen uns jetzt mal an wie das eigentlich der Fluss aussieht, gell Juh? genau, das ganze nennt sich aqua calientes natürlich nicht, weil der Fluss kalt ist nein sondern der Fluss soll sauwarm sein ja das ist so eine Art Thermalfluss also ich glaube das gibt es auch nur in Bolivien und das soll auf eine Länge von 5 Kilometern richtig saubarmes Wasser haben also zum Schwimmen gar nicht, kann es schneien tagsüber nicht weil es zu warm ist, aber ein wenig zum Thermalbaden kann man reingehen wow das sollten wir natürlich mal sehen ja und es schaut nicht schlecht aus und es ist wirklich heute nicht so viel los und diese Woche sollte man das am besten machen weil dann nicht so viel los ist und tatsächlich ist es richtig schönes, klares Wasser wow sehr schön man kann es gar nicht glauben, dass es warm ist da immer reinlaufen nice ja ja wie schön das ist und angenehm warm oh also heiß ist es nicht dann können wir nachts warten ja da kannst du nachts reinhupfen mhm sehr schön sehr schön ich würde sagen wir trinken jetzt noch etwas ja ja wir sind nämlich recht dorschtig im Schatten aber und ja wie ist es voll warm hey richtig schön ja Sonne geht unter Wasser ist wie ein Thermalbad halt geil richtig gut sehr schön ja ja es dampft sogar es dampft voll 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 oh das ist echt oh das ist richtig warm heilig ja oh wow heilig heilig ich komme jetzt rein heilig 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 in olivien richtig warm warm ja es hat verschiedene temperaturen hier wird so ungefähr wie viele grad 35 angenehm warm halt ja und man sieht es wahrscheinlich ein bisschen schwierig wieder aber um uns rum dampft dann alles im Hintergrund also es schaut voll cool aus und jetzt geht so langsam die Sonne unter genau und die Fische knapp an uns ja aber morgen früh zum Sonnenaufgang da springen wir auf jeden Fall nochmal rein yes ja und uns geht die Sonne unter und es ist einfach nur magisch Wuhu schön teutisch guten Morgen guten Morgen heute ist Badetag ich kann es in der Früh es ist kurz nach Sechse die Sonne müsste nachher aufgehen wir hoffen wir dass wir es einigermaßen gut sehen Es ist ein bisschen nebelig, keine Ahnung. Ein bisschen deasig ist es, aber jetzt hoffen wir gleich wieder rein in den heißen Fluss. Ja. Anbaden mal wieder. Ja und heute bleiben wir noch hier, machen wir ein bisschen Wellness, genau. Also wir springen rein. Herrlich Leute. Tschüss. Super Entspannung. Es ist mega. Ja. Mega, mega. Mega, mega. Ja. 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 Wie schön. Ja. 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 Juhu. Juhu. Ja. Ja. so wir sind jetzt in san jose de chiquitos und wir machen eine mittagspause aber im zentrum des schaubund da war aus die schöne kirche ist echt schön und da ist die schöne plaza und wir sind da vorne und wir machen da vorne mittagspause das ist richtig schönes hotel hotel missiones de chiquitos schönes hotel und da ist der juh mittagspause guten juh und alles gute zum vatertag danke und da oben ist ein toucan heute ausnahmsweise mal guten abend aus wo sind wir lüdi san ignazio de velasco san ignazio de velasco wow ok wir sind gestern auf jeden fall den ganzen tag gedüst von aguas calientes bis hierher weiter hätten wir es auch gar nicht mehr geschafft weil wir haben es gerade noch vor einbruch der dunkelheit hinbekommen hier zu sein das ist ja noch ein ganz schöner zwischenstopp wir hocken jetzt an der plaza das ist ein bisschen so chiquitania genau da sind wir unterwegs ist alles ein bisschen jesuiten mäßig angehaucht hier hat es auch eine schöne kirche die schauen wir uns nachher noch an aber morgen fahren wir dann weiter nach konzeption weil da haben wir noch eine bekannte die wir gerne besuchen würden und die haben auch ganz tolle kirche das nehmen wir uns ein bisschen genauer vor genau und dann ist auch nicht mehr soweit eigentlich wollte man direkt nach konzeption fahren aber das haben wir nicht geschafft und nachts ist es besser weil das tagsüber ist es so warm ja wir haben es wieder richtig ja wir haben es richtig heiß hier es hat bestimmt 32 33 grad und ordentlich luftfeuchte genau aber naja von nix tun schnitzmann besser zu warm als zu kalt sagen wir mal also und 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 Ok, vielen Dank. Vielen Dank! Servus! Wir sind raus aus San Ignacio de Velasco. Es geht nach Concepción, heute ist es nicht weit. Es sind nur 170 Kilometer, brauchen wir zweieinhalb Stunden. Die Straße ist sehr angenehm. Es war cool. Wir waren zwei Nächte bei einem Schweizer Auswanderer. Eine bolivianische Frau hat gestanden. Ja, war sehr nett. Er hat eine Wäscherei und backt Brot. Das Brot war richtig gut. Richtig gut, ja. Voll der nette Typ. War schön mit ihm zum Unterhalten und so weiter. Jetzt geht es aber weiter. Genau. Wir sind angekommen in Concepción. Hier besuchen wir die Mama von sehr guten Freunden von uns aus Deutschland und aus Australien. Wir werden sowieso hier durchgedüst. Von daher bietet es sich an. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind. Vor 13 Jahren waren wir schon hier. Das war richtig lustig und schön. Es ist ein wunderschöner, grosser Garten. Alles ist nach Natur belassen. Ansonsten ist es wirklich sehr interessant. Es sind viele, Küche zum Beispiel ist noch etwas ganz altes. Es ist sehr interessant, dass hier noch gekocht und gewirkelt wird. Richtig schön. Die zwei Öfen hier sind mittlerweile außer Betrieb. Aber wo wir vor 13 Jahren noch hier waren, da haben sie hier noch drin gebrutzelt und gekocht. Das ist ein Wunderschöner. Hier in dem Garten hat es einiges an natürlichen Heilpflanzensachen. Das ganze Ding heißt Uruku. Und das kann man einnehmen, wenn man Zucker hat. Und der Blutzucker ist zu hoch, dann muss man aber auch von den Körnchen nehmen. Und anscheinend innerhalb kürzester Zeit ist alles wieder in Ordnung. Hier im Garten steht noch eine ganz alte Zuckerrohrpresse. Bei unserem letzten Besuch haben wir hier sogar mit unseren Kindern Zuckerrohrsaft gepresst und getrunken. Und Bananen gibt's. Auf dem riesen Baum hier in der Mitte wachsen Mangos. Sogar Vanille wächst in diesem tollen Garten hier. So schauen sie aus. Sogar Vanille. Sogar Vanille. Sogar Vanille. Sogar Vanille. Sogar Vanille. Sogar Vanille. Soar Vanille. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018